Ups, das wollte ich gar nicht. So. Wir brauchen Gold. Was brauchen wir? Für so 100 Diamanten. Gar kein Problem, ich sammle sie. Also für die Farben, die Rosanen, die rosa Farbplanete, Palette und die hübschen Flügel, da gebe ich auch 100 Diamanten aus. Gar kein Problem. Willst du vielleicht gleich noch Obsidian hinterher? Gar kein Problem. Geht schon. Fliegenklatsche, komm. Hey, Motten, Fliegenklatschmann, die sind viel zu... Also die, die geben so, Aua! Und so. Ich hab mich eigentlich einen Klatsch gekriegt. Wir gehen jetzt einfach durch. Wir gehen jetzt einfach durch. Also wir sollten jetzt genug Gold haben für die... Wir können noch zwei Barring, glaube ich, machen. Das sollte reichen. Hallo? Na? Du bist ja tatsächlich hier. Schau her, das ist mein Revier. Ich hasse diesen Ort. Hier ist es viel zu klein. Ich zerschlage und zerschmettere alles. Das sieht aus wie bei dem... Der Film. Ich hab den nicht geguckt, aber da gab es auch so diese... Der Emotionsfilm da... Da gab es Wut und Trauer und so. Ich bin Flammo. Feuer und Asche sind mein Element und das hier ist mein Haus. Was ist damit passiert? Das macht mich so wütend. Ah, es fühlt sich so an... Gut an, sich auszutoben und ordentlich herumzubrüllen. Ich werde nie aufhören, Dinge zu zerschlagen und zu schimpfen. Auch nicht, wenn du mir Leckereien bringst, aus denen ich eine leckere Mahlzeit zubereiten kann. Hast du gehört? Bring mir was zu essen. Ich hab mächtig Kohldampf. Flammherz. Flammsalze, ja. Flammherz. Ich glaub, der ist ein bisschen sauer. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaub, der ist sauer. Gut, wir gehen erstmal raus und verschaffen uns einen Überblick. Und ich möchte bessere... Äh, Werkzeuge. Alles durch den Kopf heißt ja so, der Film. Pummelhofer hat Feuer gefangen. Ja. Okay. Wir werden... Die Sachen... So kalt ist es nicht. Okay. Wo wohne ich denn? Hilfe, wo wohne ich? Ach, hier. Gut. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Dann machst du gleich noch mehr. Ja. Sehr schön. Okay. Das war so dieses typische... Ich lieg grad so bequem. Lass mich in Ruhe. Danke schön. So. Okay. Also, erstmal Geld auf den Tisch, ne? Und dann gucken wir mal nach Lady... Cinder. Wie Tinder. Oh, das ging jetzt... Oh, oh. Oh, ich hab nicht damit gerechnet. Ups. Äh, okay. Also. Einen wirklich großen Bereich zu zerschlagen. Also, Pizzaschieber. Ja, wirklich. Wirklich. Okay. Wir gehen... Kurz mal. Ganz kurz. Gehen wir zu den Elfen. Wir laufen jetzt. Kein Bock. Wir gehen zu den Elfen und gucken mal, ob wir da Blümchen finden. Und dann kümmern wir uns um die Sachen, die er haben will. Entschuldigung, dürfte ich mal bitte? Danke, danke. Nur so ist hier unten was? Nee. Wasser ist halt auch so komisch, ne? Hm. Gebt schon so ein Stafi ja wirklich. Gebt mir Blumen. Was ist das? Hm. Wenn ich ein Blumenverkäufer wäre, wo würde ich denn dann hingehen? Hast du vielleicht Blumen dabei? Ja. Ich erinnere mich. Okay. Das wird jetzt... Okay. Ja, kein Problem. Ich habe kein Geld mehr. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ich glaube, die blauen Hyazinth-Samen brauchen wir rosa, oder? Äh, die blauen Hyazinth-Samen, oder? Das wird jetzt lustig. Nicht in die Hüße? Was? Wir könnten hier hingehen. Wir können das hier anbauen. Ich glaube, davon bin ich Fan. Ich glaube, da bin ich Fan von. Obwohl, eigentlich bin ich da gar kein Fan. Nein, eigentlich bin ich da gar kein Fan von. Nee, ich bin da kein Fan von. Wir gehen nach Hause. Wir retten das ganze Fehlrecht und nicht mehr Rabatt gibt es. Ja. Wie immer. Einfach dreist. Okay. Die Frage. Kann ich die gekreuzten? Auch schon. Also wir werden erstmal so ein bisschen so Spaßpflanzen machen, ja? Hier werde ich einfach ein paar Beete dazu machen. Oh, ich kann einfach alles anpflanzen. Wow. Das war das, was der versucht hat, mir zu erklären. Haha. Na ja, ich höre eh nicht zu. Alles gut. Okay, wir machen jetzt. Ups. So, dann kann dazwischen was wachsen. So, dann gucken wir mal. Das ist ja, man die nicht wieder grillt. Ja, wäre besser, wenn er das nicht täte. Sonst gibt es nämlich langsam mal Haue, ne? Da kommt das Nudelholz raus. Okay, wir machen das jetzt einfach so zu. Okay. Eine Blume pflanzen, ne? Wie viel kann ich noch? Zehn. Sehr gut. Genau, was ich brauche. Mal gucken, was das wird, ne? Mann. Ah! Okay, können wir... So. Ups. Okay, also. Gar kein Problem. Das ist ja... Mach hier so eine dazwischen. Glaube ich. Und hier... Mach ich so. Ich versuche das einfach. Irgendwie kreuz und quer, ja? Wir gucken mal. Vielleicht kommt ja irgendwas dabei raus. Okay. Ich weiß nicht, aber... Das sieht sehr bunt aus. Das wirkt sehr, sehr bunt. Mal gucken. Also. Was will der Typ denn jetzt? Nee, das war das Falsche hier. Also, er möchte Staudenfeuerkraut. Das ist gar kein Problem. Kohle. Will der... Also, so Kohlekohle oder... Oder macht man daraus einen Barren? Nee, Kohlekohle will der. Okay, alles gut. Das können wir auch in der Mine sammeln. Also, das Feuerkraut, die Kohle, das Flammenherz. Aber warte, das müsste im Eimer nachstehen. Das Früchte. Ja, und wo kriege ich das her? Was für Flammenherzsamen. Feenbereich. Okay, das müsste einfach gehen. Gar kein Problem. Das muss ja eins von den... Warte mal. Okay, also. Oh. Achtmal bewässern. Achtmal. Also eine Artischocke. Eine verwandelte Artischocke. Nee, geh ins kaufen. Wird so teuer. Das heißt, wir machen drei Feenböden. Oder wir könnten es einfacher haben und einfach... Im Feending das an... Mann! Okay. Ach, ich habe ja kein Geld. Ja, blöd. Na ja. Passiert. Ach, das sind ja zehn. Ja, gar kein Problem. Ja, dann. Also, pfff. Easy. Gut. Gar kein Problem. Feenböden-Set. Mann, der Mann ploppt immer weg. Ähm... Ich mache das mal hier unten hin. Sehr gut. Deine Samen können hier nicht eingepflanzt werden. Ach so, ich brauche Blumenkohl, ne? Entschuldigung. Nehmen Sie gut ein, den Eiermann ist an zu kaum benutzen. Okay. Wir werden morgen so viel Geld haben. Nur jetzt sind wir kurzzeitig. Also. Kurzzeitig sind wir vielleicht ein bisschen pleite. Nur ein bisschen. Sehr gut. Ähm. Riecht nur ein wenig und grillt Wiesen. Das eine kann mit dem anderen sogar zusammenhängen, ja. Okay. Das geht noch, bevor der Tag zu Ende ist, oder? Da geht es um jeden Tag jetzt. Manchmal sind die schon geändert. Oder? Mir geht das von selbst. Ich weiß auch nicht. Oh, ich will den Tuck. Okay. Okay. Das war ein Zehn und das ein Neun. Tuck-Tuck. Ich bin einfach so dumm zum Leben, glaube ich. Oh Gott. Also. Atmen ist so eine Sache, die habe ich nicht so drauf. Ich glaube, das muss ich noch üben. Oh. Ich ersticke nur kurz, ja. Es müsste wieder gehen. Okay. Oder auch nicht. Mann. Hilfe. Hilfe. Gott. Das habe ich in letzter Zeit sehr oft. Du hättest mir einen Stein gegeben. Ich habe es ja versucht. Aber weißt du, manchmal ist das Beste nicht gut genug und so. Okay. Einfach nicht drüber nachdenken, dann kann auch nichts passieren. So. Also. Ich habe die ganzen Pflanzen schon mal gekauft gehabt, glaube ich. Ist er? Ach so. Hier. Falsch gedrückt. Oh, die Siegel könnte ich verkaufen. So. Ähm. Wie kann man so zu doof sein? Schwierig. Ich sage es euch ganz ehrlich. Schwierig. Oh, es hat geklappt. Ich brauche noch zwei. Ich brauche fünf insgesamt. Macht mal. Okay. Flammensalze. Altes Bauholz. Du altes Bauholz. Die Zehensalze. Wir müssen eh zweimal. Ähm. Da. Zehensalze. Weil die kann ich noch nicht holen. Okay. Zehensalze. Altes Bauholz. Das Flammenherz wächst. Die Kohle hole ich da. Genauso wie das Staunenfeuerkraut. Gar kein Problem. Ähm. Zehn Items. Das ist leicht zu merken. Aber ich finde wirklich, es hat um einiges eine sinnvollere Aufteilung als sonst. Das ist schon weniger als bei anderen Farmspielen. Und ich finde, also das finde ich, ich finde es viel besser so. Ich muss kurz Nase putzen. Ja, die Kategorien habe ich schon öfter benutzt. Also, aber die sind total schwachsinnig. Mir bringen die gar nichts. Das habe ich wirklich regelmäßig benutzt. Ähm. Das dauert echt lange. Sollte ich schon mal gehen? Ist die Frage aller Fragen. Mist, die muss ich ja jetzt auch gießen. Das ist ein Problem, so. Oh. Ach nee, das ist die. Naja, gut. Eine rote Hohle. Die brauche ich auch noch. Das ist aber nichts Schönes am rauskommen, wenn wir. Ja. Das ist schon schöner. Das ist schon schöner, ja. Oh, blau. Aber das ist schon blau gewesen. Aber das ist hübsch. So groß sieht das hübscher aus als in dem Kleinen. Okay, die haben wir. Hier ist noch nichts Neues entstanden. Schande. Oh. Wollte ich nicht. Ja, aber die Kanne aufbessern bringt auch nichts. Also, sind wir ganz ehrlich. Die Kanne... Ne? Wofür mache ich das eigentlich? Das ist eh alles fast nicht geil. Das reicht schon. So. Dann haben wir die Sachen schon gegossen. Sehr gut. Okay. Also. Die Blumen ab ins Inventar. Oh. Du bist fertig. Sehr gut. Dann die Blumen weg. Pilze weg. Das weg. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Gut. Habe ich gerade die Salze weggepackt? Mann, ist die Salze... Habe ich die einfach nicht erkannt? Ja, ne? Oh, oh. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die Salze und gehen jetzt in die Mine. Wie viele Tränke habe ich? Zwei. Ist nicht vier. Das Dorf überflutet. Who knows? Who knows? Aber Gold kann ich noch nicht. Ich brauche erst wo Aurikal kommt. Deswegen müssen wir in die Mine. Hm. Hm. Okay. Alle Frostkrabben mit, die man finden kann. Das müssten wir auch mal upgraden. Ich weiß nicht, wie es kostet. Okay. Gibt es hier noch eine Frostkrabbe? Nein? Gut. Ah, dafür sollte... Du bist verliebt. Lass dich fangen. Eine scharfe Begegnung. Das lese ich jetzt erst. Okay. Also. Wo gehen wir am besten hin? Wir brauchen Aurikalikum noch Löcher. Wir brauchen aber auch Gold. Gehen wir in die Acht. Ich habe ja jetzt auch die neue Hacke. Okay. Aurikalikum ist gar kein Problem mehr. Wow. Wow. Gut. Aua. Aber die Gegner sind immer noch ein Problem. Okay. Ich hasse die Statuen. Die gehören rausgepatcht. Ich finde, die haben keine Daseinsberechtigung. Ich bin Statuen-Diskriminierungsbeauftragte. Wie kann man so unnötig sein? Und Geld brauchen wir auch. Oh. Ach, Kohle brauche ich ja auch. Alles gut. Ach, Kohle auf einmal. Hallo, Freundin. Oh nein. Okay, Leute. Hier. Oh, okay. So. Die allein sind ja nicht so schlimm. Ich vergesse immer, dass ich nicht umschalten muss. Keine Ahnung warum. Ich habe erst zwei Feuerkraut. Was davon da steht? Also, Lurker, weißt du? Spiel halt selber und hab so einen Boss, ja? Also, wenn du den unbedingt haben willst, dann kämpfst du selbst gegen den, ja? Kein Bock da drauf. Nicht so typisch. Red dich nur raus. Du wünschst mir den doch. Das war gerade verfluchen. Das habe ich aber also, also, so verstanden. Einen Feuerkraut. Ich brauche wirklich bessere Sichel. Dann kriege ich, glaube ich, nämlich auch mehr raus. Und wie viel habe ich denn jetzt? Oh, das reicht leider nicht so wirklich. Leider reicht das nicht. Ich hätte ja gern, dass das reicht, aber irgendwie... Das will nicht so... Den habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich will doch nur das Feuerding. Danke. Na gut. Wenn du schon plopst, dann kann ich es auch mitnehmen. Okay, wir haben... Acht. Na bald. Oh. Ich dachte, du wärst Loot. Gut, das war's dann wahrscheinlich mit Urikalkum. Leider. Oh mein Gott. Nee, da will ich nicht lagen. Okay, alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Nichts ist gut. Indiana Jones fällt, er wird an das Denken. Indiana Jones, ne? Das ist so gar nicht... Da habe ich nie verstanden, warum Leute das so toll fanden. Irgendwie... Ich weiß nicht. Bin ich nie mit warm geworden. Also jetzt nicht von Spielen her, sondern... Also generell. Ich weiß nicht, warum. Wo geht's raus? Ein gutes Poine. Klick. Ja, aber ist das nicht doof, wenn die Thematik nicht so... Also von einem so... Also, weißt du... Es ist ja nicht egal, wie gut das Spiel ist. Okay. Das waren viele. Ich hab' nachgedacht. War nicht im Vordergrund okay. Wir haben genug Gras. Eigentlich sollten wir, glaube ich... Ja, genau das... Ich hab' keine Lust, den Hitzetrank zu nehmen. Mach' ich mir was. Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich brauch' mehr Hitzetränke. Das reicht nicht. Das reicht einfach leider noch nicht. Gut, ähm... Vielleicht sollte ich einfach weiter runtergehen. Ich glaub' es wär' nicht so doof, ne? Wie komm' ich da hin, wo ich hin will? Danke. Nee. Oh, der... Hör doch auf! Die schmeißen alles nach mir. Alles. Notfalls auf sich selbst. Das war nicht, was ich wollte. Ich hab' kein Mana mehr. Ist mir aufgefallen. Besser später als nicht oder... Äh, nie oder so. Komm' schon. Oh, nicht... Uäh, oh Gott. Hui! Oh, bitte nicht in die Lava. Du bist fast schon tot. Okay. Ähm... Das ist jetzt eher so semi-gut. Ich glaub', wir gehen... Wir porten. Ich hab' keinen Trank mehr, ne? Kein Heiltrank. Blöd. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Wir gehen jetzt... Ich glaub' 24. Wir gehen auf die 24 und dann nehmen wir da noch das Zeug mit und dann gehen wir auf die 25. Weil das ist alles Geld. Und Geld regiert die Welt, auch in Fae-Farm. Okay, oder auch nicht. Dann gehen wir ab. Ich muss mal Tränke herstellen. Das geht so nicht mehr weiter. Ich brauch' Feuerschutz und Heiltränke. Ganz wichtig. Überhaupt zu schmollen, ich hab' ja Zeug dabei. Alles gut. Da, der will gar nicht die... Ach doch, will er. Das war... Okay. Okay, wir brauchen nur noch Flammenherz. Das dauert jetzt noch sieben Tage. Doof. Gute Einkaufsliste. Gute Einkaufsliste, Lurker. Okay. Dadurch, dass eh fast zu spät ist, können wir doch mal gucken, ob wir hier noch ein paar Krabbelchens finden. Wann mal, hab ich? Ja. Ich würd' das gern mal ausprobieren. Ich hab' so ne Theorie, die würd' ich gern überprüfen. Aber am liebsten mit Frostkrabben. Bitte. Ich hab' bitte gesagt. Und wenn ich bitte sag', dann möchte ich auch, dass man, also, mir den Gefallen tut. Ja? Dann nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Erstmal Körper auf dem Stein. Okay. Okay. Ja, beruhige dich. Ich muss Geld produzieren. Das ist wichtig. Hab' ich noch Urikalkumbarren? Und deswegen bringt das nicht so viel. Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund. Okay. Sind das? Ja. Gold. 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 Nehm' ich auch mit. Gut. Dann gehen wir jetzt freiwillig schlafen und hoffen dann, am nächsten Tag Sachen aufwerten zu können. Ein heilloses Durcheinander. Verjage 500 Tohuwabos. Wie viele sind noch so da? Sind 500 alle? Okay. Sehr gut. Regen ist auch sehr gut. Ich hab' in die Flucht geschlafen. Wenn du wüsstest! Sehr gut. Fünf Stück sind's. So viele brauchen wir. Das heißt, wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Ähm. Tinder! Hallo. Mach Werkzeug. Ich mach' ein weiter rein. Keine Ahnung. Das ist wichtig, dass ich Spitzhacke. Drei von fünf. Okay. So, dann haben wir jetzt die Urikalkumsachen-Fass. Wir brauchen noch drei? Ja, noch drei Barren. Das heißt 30 Doodle? Kann es sein? Sind es 30? Und es 10? Ups. 10? Okay, wir brauchen 28 Urikalkum-Erz, ja? Ja, und wenn es regnet? Dann let's go, würde ich sagen. Ah, Shidimenedi. Wir brauchen... Ja, dieses Zeug. 30 wäre echt viel... Ja, ne? Okay. Wir können vier Stück auf einmal machen. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, wir brauchen auch nur einen. Wir waren eigentlich den ganzen Tag in der Mine und den zweiten haben wir gar nicht wirklich aufgebraucht. Essen bräuchten wir langsam mal. Aber gut. Werden wir schon irgendwann bekommen. Ähm, hier lang? Hier ist eine Eiferwand. Also nicht Eiferwand, aber da ist eine zu hohe Stufe. Ich muss immer drüber springen. Was ich gerne ausprobieren würde, wäre... Eine Frostkrabbe. Bitte. Komm schon. Ah, ein Saphirsiegel. Okay. Es gibt, glaube ich, keine Frostkrabbe. Ich glaube, ich habe sie alle getötet. Äh, gesammelt, meine ich. Sie sind alle ausgewandert, weil ich sie immer auspresse. Okay. Urikalkum. Aber das machen wir, glaube ich, jetzt auf der ersten Etage. Okay. Weil hier war es noch entspannt. Verhältnismäßig. Hier ist das. Also wir gehen da lang. Mh. Und dann... Ich sollte vielleicht mal wieder... Also wir haben noch 200 Kohle, aber das ist nicht viel. Ja, ist eben aber noch cozy. Nix ist cozy. Entspannt. Nicht cozy. Cozy gibt es nicht. Das ist ein... Das ist ein Produkt der... Der... Der Social-Media-Mädigkeit. Hä? Seit wann gibt es hier unten schon Bomben? Das ist... Also das wie... Valentinstag und Halloween. Das wurde einfach... Das ist... Also... Für Geld gemacht. Damit alle ihre... Cozy-Games verkaufen können, weißt du? Cozy-Kal, oh Gott. Ja, wir haben jetzt schon 52. Ich würde sagen... So eine Spitzhacke. Neue immer. Ne? Lohnt sich immer sehr gut. Okay. Dann würde ich jetzt aber in eine von den höheren Ebenen schon mal gehen. Ich glaube so... 20 klingt gut. Guckt mal, jetzt können wir auch Salze. Ich weiß zwar noch nicht... Vielleicht fürs Kochen. Vielleicht kriegt man daraus Salz. Bitte sagt nichts. Das war sehr schlau. Ja? Da kommt nicht jeder drauf, ja? Kannst du bitte da aus deiner Kack-Lava rauskommen? Danke. Danke.